Hallihallo, ich hoffe, ihr seid wieder an den Tasten. Heute spiele ich für euch Mockingbird von Eminem am Klavier, gewünscht von meiner Schülerin Lajuna. Erst im Originaltempo, danach langsam zum Mitspielen. Und für die, die mich noch nicht kennen, ich bin Pianola Muse, langjährige Pianistin und Diplom-Musikpädagogin. Und wenn auch du mitbestimmen willst, wie es auf diesem Kanal weitergeht, abonniere diesen Kanal, mach mit bei den regelmäßigen Umfragen und schreib deine Musikwünsche unten in die Kommentare. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr noch mehr Stücke spielen wollt, schaut euch auch dieses Video an. Desto mehr ihr spielt, desto besser werden eure Fertigkeiten am Klavier. Die Noten zum Stück findet ihr unter diesem Video in der Infobox. Bis zum nächsten Video.